Hallihallo zu meinem neuen Video. Heute mal mit einer Sprachausgabe und dann würde ich sagen, fangen wir gleich mal an. Heute mal wieder ein bewerteter Kampf und zwar den Dreierkampf, den nennen wir mal heute. Joa, dann geht's jetzt gleich los. Nennen wir mal Kampfbox-Team. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, es scheint wohl ihr erster Kampf zu sein. Sie benutzt also ihr Megas wahrscheinlich Kangama oder Gengar oder Knakrat, aber zu 100% Kangama. Deswegen nehme ich wohl auch mal Megas Kangama und viel Dinara. Komisch, sie spielt ihr Dungard und Item. Sorkart, jetzt viel Glück. Sorkart, jetzt geht's schon wieder mit dem ZDF. Sorkart. 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 Untertitelung. BR 2018 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 Oh, das tat weh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das hat's gebracht. 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 Ja, warum nicht auf Stahlobohr? Das hat's gebracht. Das hat's gebracht. Und der nächste Sieg für mich. Und der nächste Sieg für mich. Das hat's gebracht.